Schade. Küssen magst du nicht, aber um Arme geht. Steigt sofort wieder. Ich möchte ins Bett. Möchtest du denn eigentlich mit? Kann man die nicht mitnehmen hier? Mitnehmen. Auf Wiedersehen. Gemeinsam. Foto machen. Tiefgründige Unterhaltung. Mehr Auswahl. Yeah. Bin ein Mädchen, also würde mich das kalt lassen. Egal wie es schön ist. Ja, okay, aber dann halt andersrum. Wenn du einen schönen Typen im Park kennenlernen würdest und der wird dir gefallen und du müsstest zur Arbeit. Fragen wir mal andersrum. Weißt du, wie ich meine hier? Dann würde dich das vielleicht nicht so kalt lassen hier. Meine Dame. Aber ich höre gleich auf dich und gehe dann nach Hause, da ich jetzt hier nicht wirklich weiterkomme und meine Karriere ist mir auch wichtig. Also ich habe nie Lust, den Müll wegzubringen. Das musst du auch nur, aber nur du machen. Ich bringe auf keinen Fall den Müll weg. Das musst du machen, meine Kleine. Ich kann mich doch da nicht bewegen. Die mag kein Gemüse. Passt. Ab nach Hause. Ja, ich habe den Müll weg. Ja, ich habe den Müll weg. Das lässt mich auch kalt. Haha, gute Argumente, ja. Gute Argumente. So, dann passt es, ja. Dann hätten wir das geklärt hier. Dann lassen wir das gut sein und gehen nach Hause. Einfach nach Hause und schlafen hier. Hören wir mal, that little chicken. Auf, that little chicken hier. Und dann gehen wir direkt nach Hause. Und dann gehen wir mal, that little chicken. Äh, äh, maybe. We will see, man. I actually, I love girls and she is a girl and yeah, we will see. So, Pause. Wir müssen schlafen. Nichts mehr vorher. Wir müssen um Zähne aufstehen hier. Let's muss versuchen, wenn du mal. Alter, alter. Jetzt schlaft doch, Uschi. Achso, ich habe sitzen gemacht, gell? Pennen wir erstmal, haben wir noch genug Zeit. Haben wir noch genug Zeit hier. So. Dann geht es hier weiter. Ist aber doof, wenn wir uns dann immer beeilen. Oh, stopp. Steh doch mal auf. Steh doch auf hier. Du musst zur Arbeit. Essen kannst du in der Arbeit. Oder haben wir noch Zeit hier? Ne, ab in die Arbeit, oder? Macht sie doch eh jetzt dann. Weiß gar nicht, wie ich das machen kann hier. Macht sie das automatisch, oder? War da früher nicht immer so ein Auto? Was gekommen ist? Ach, jetzt geht es automatisch einfach so? Einfach die spawnen wieder, gell? Ja, ey. Siehste. Haben wir es doch noch rechtzeitig geschafft, wa? Ganz, ganz knapp hier. Achso, ich muss wieder aktivieren. Ich habe es deaktiviert beim Giveaway. Jetzt halt hier. Jetzt kannst du wieder Schmidt. Ja, jetzt muss ich mal warten. Ja, es muss doch in der Arbeit was zu essen geben. Die fühlt sich unwohl. Du kannst jetzt Uschi nicht anzeigen lassen. Schade, du bist ja echt hier. Du kannst ja echt gar nichts machen, wenn du in der Arbeit bist. Uschi ist zur Arbeit. Ja, das weiß ich. Das weh sich, ja. Ja, ich wurde befördert. Super. So. Jetzt aber was essen. Ach, sie hat in der Arbeit, die war acht Stunden in der Arbeit, nichts zum Essen bekommen. Schade. Das ist ja meine Arbeit. Verdammtes Essen aussortieren. Ein Gourmet-Menü zubereiten. Was gibt es denn da für ein Gourmet-Menü hier? Ein Salat. Machen wir Familiengröße. Natürlich. Direkt Familiengröße. Braucht sie doch. Los, Leute, macht mit. Du hast aber allein auch eine sehr gute Chance. Wenn das flawless ist, dann kriegst du alles. Vielleicht verraten dich ja dann die anderen. Das ist mein Ziel jetzt wieder. 100 Stunden am Computer verbringen. Habe ich direkt erfüllt, instant. Was muss ich denn machen? Achso, du, äh, hier, Felix würde mitmachen, wenn er hier wäre. Achso. Achso, ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast. Man kriegt hier, ähm, pro Minute, äh, pro 10 Minuten einen Punkt. Und du kannst diese Punkte durch die Bank, heißt, ähm, vermehren. Genau, ist wieder so eine Punkteaktion, genau. Hier, ich kann dir mal das hier hinschreiben. Bankinfo. Genau. Als Beispiel. Also 100 Stunden am Computer verbringen habe ich geschafft. Nächstes ist hier, Level 5 der Technikgruppe, äh, Karriere erreichen. Und dann hier, mit Livestreamen oder Spielturnieren 5000 verdienen. Yay, mit Livestreamen 5000 verdienen hier. Ach du meine Güte. Das kann ja dauern hier. Super, dann werde ich als Streamer, äh, im Spiel ein Streamer. Das ist doch, äh, super anfallsreich, wa? Findet ihr nicht auch? Gut, dann essen wir erstmal. Hunger hat sie ja eh. Dann müssen wir, Level 5 der Technik. Also, wir müssen schauen, was wir machen. Hier, 4 Stunden Programmieren üben. Damit wir in der Arbeit, ähm, aufsteigen. 4 Stunden Programmieren üben. Machen wir direkt, müssen wir ja eh. Programmieren, üben. 4 Stunden Programmieren üben. 4 Stunden Programmieren üben hier. So. Muss man mal schauen, dass wir so schnell wie möglich hier, ähm, befördert werden. Das heißt, ähm, ich schätze mal, äh, Zettlilchicken, das heißt doch bestimmt, dass wir auch immer ausgeruht in der Arbeit müssen, wa? Schätze ich doch mal. Möchte aber wieder, dass, ähm, nicht das machen, wozu ich Lust habe. Das macht mich unbedingt jetzt hier, das mit diesen Quests, das machen wir schon mal jetzt. Das machen wir jetzt hier. Haben wir morgen wieder? Ja, um 10 müssen wir wieder raus. 10 bis 19 Uhr jetzt, haben wir sogar eine Stunde Länge. So, passt. Können wir stoppen. Macht nichts, macht nichts. Wir werden jetzt ein bisschen Fernseh schauen, damit der Spaß steigt, damit wir in der Arbeit Kanal schauen und Sportkanal schauen. Du könntest dein Haus ausbauen. Ja, das machen wir, wenn wir das dann, wenn wir dann wieder Zeit haben, wenn wir wieder die Arbeit los sind. Das war's, hab grad nicht aufgepasst. Mein Joghurt war wichtiger. Her mit dem Joghurt, will auch Joghurt. Nee, ich meinte, um in der Arbeit befördert zu werden, müssen wir doch bestimmt auch ausgeschlafen sein, was du vorhin meintest. Deswegen dachte ich mir, ausgeschlafen ist in der Arbeit vielleicht besser für die Beförderung. Gag, schalt doch ein bisschen Werbung, damit du auch ein bisschen was zu dienst. Kann ich nicht machen, bin ich ja nicht. Geht ja nur, wenn man Twitch-Partner ist, das kann ich doch nicht machen. Erstmal schlafen hier. Nichts da. Ameno, ein bisschen. Was hast du, erstmal genau, was hast du für eine Art von, von, äh, Joghurt? Streaming, das macht auch Spaß und bringt Geld. Okay, also zumindest im Spiel, wa? Ist ja nicht realistisch. So. Dann mal pausieren. Wir werden jetzt mal aufstehen und essen. Scheiße, wir haben das Essen von gestern nicht weggebracht. Na gut, dann müssen wir aber schnell das Essen. Schnelle Mahlzeit, Chips. Chips sind immer gut hier. Das weiß ich. Was weiß ich, hab du nie zuerst gespielt. Würst du vielleicht wollen. Achso. Stracetelna, Joghurt. Okay, dann, äh, überlasse ich ihn dir. Ist kein Problem, du. Äh, viel Spaß damit. Genieße es. Wird es mir eh nichts geben, vor allem muss ich mich ja damit abfinden. Kurz, kurz Essen, Duschen müssen wir auch, dass wir nicht so schmutzig in der Arbeit auftauchen. Okay, jetzt reicht er schon wieder. I'm away. Good night, äh, Gags, Chat, Uschi. Okay, man, thanks for watching. Have a good night. See you next time, a friend. Duschen. Wieso, Geschirr, okay, Geschirr, ich bin gut. Wir schaffen es aber nicht mehr rechtzeitig, oder? Aber ich kann auch später gehen, glaube ich, ist ja egal eigentlich. Genau. Muss noch wieder warten, dann passt das schon. Also, Problembericht, Uschi hat einen Softwarebereich, äh, Softwarebereich entdeckt, der voller Fehler steckt. Sie kann sich abrackern und alle Fehler selbst aufnehmen oder ihn eifrigige Kollegen bitten, äh, zu übernehmen, diese Aufgabe. Äh, Aufgabe weitergeben oder Fehler aufnehmen. Was meint sie hier? Weitergeben oder selbst machen den Scheiß hier? Wie, wie meint ihr das dann? Wie ist es denn am besten hier? Ich weiß nicht. Schon weitergeben, oder? Weil, oder, die Option vielleicht mit, dass andere noch vielleicht mithelfen könnten. Das wäre vielleicht einfacher gewesen. Aber direkt komplett weitergeben? Hm, weißt du nicht. Direkt weitergeben, weiß ich ja nicht. Weitergeben. Denke ich mir eigentlich auch, gell. Soll das immer schon eine Möglichkeit haben, sollen es andere machen. Und dann kriegen wir den Anschiss. Dann kriegen wir den Anschiss hier. Wenn es schief läuft hier. So. Selbst, ja. Ja, wie jetzt? Ich gebe es weiter hier. Aufgabe weitergeben hier. Verspielt ist sie jetzt. Who cares? Genau. Kommt jetzt? Ach, sie kommt jetzt um 19 Uhr nach Hause. Oh, Mann. Beförderung. Beförderung. Mehr, 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 mehr. Plug-in. Gags. Gags. Gab es heute was zu gewinnen? Ja, dieses Spiel hier. Dieses Spiel gab es zu gewinnen hier. Müsste, glaube ich, auch oben im Titel stehen. Ja, genau. Giveaway. Ich habe das mal hinten hingeschrieben. hast du leider verpasst, guter Schmidt, falls du das gerne spielen hättest wollen würden lassen können hey, ach, meine Süße, komm, komm vorbei, Moment direkt einladen, über Nacht zu bleiben erstmal, ja, direkt einladen, hier, kann da bleiben, passt ja, trotzdem ein Plug-in hier ist ja meine feste Freundin hier im Spiel hab ich eigentlich ganz vergessen, bei lauter Arbeit hier schämen, schämen rumschmusen, das finde ich ganz gut, küssen massieren, auf jeden Fall klar, hat sie doch verdient, schau mal an, sie kommt extra vorbei besucht mich, hat sie das doch verdient, der Massage ein bisschen rumschmusen bin ich ja auch nett so ist das interessant hab die ist aber echt dick geworden, habt ihr echt recht gehabt habt ihr echt recht hier die ganze Zeit ja ständchen bringen, schau mal jetzt singen wir mal, jetzt singen wir mal was vor wir können nicht singen machen oh, das ist mehr Action ist das die Pornofreundin, ja, das ist die ja, ich meine, die hat sich getrennt vom Mann, ja, schätze ich mal haben wir ja sie dazu überredet verführerisch sein erst noch ein bisschen knuddeln, das ist immer ganz lieb rumschmusen nochmal mehr Auswahl, Romantik ne, Haraldsantrag ist das noch zu früh, finde ich dafür ist es noch zu früh, meine Süße ähm einen Kuss zuhauchen ja, ist ja die feste Freundin hier im Spiel nachdem wir schon mehrere ausprobiert haben, sag ich mal haben wir uns halt dann die, äh, da hier herangemacht sind bei ihr geblieben sie hat extra ihren Mann für uns verlassen schon dramatische Action, dramatische Szene gab es hier schon könnt ihr aber alles eh nachher später nachsehen auf Youtube dann lad das ganze hoch und die, die es verpasst haben, können sich das alles nachher anschauen da Twitch selbst löschte die Videos ja ja ja